Heute möchte ich euch die Target Agora Serie vorstellen und zwar die Steel Darts. Wie ihr seht gibt es vier verschiedene Varianten von diesem Dart und wir fangen mal mit dem Target Agora A01 an. Dieser hat Schallgrip, wie ihr seht, hinten und dann das komplette Beryl dann noch Axialgrip. Alle Darts, die ich euch jetzt hier zeige, werden mit schwarzen Progrips und dem grünen Agora Flight zu euch kommen. Als nächstes schauen wir uns den Agora A02 an. Der ist nach vorne hin, spitz zulaufen, hat Axialgrip, ist nicht ganz so scharf hinten wie der A01 und hat vorne dann nochmal Ringgrip mit Axialring. Der A03 hat diese Berylform. Der hat Axialgrip, aber keinen durchgängigen, sondern wie ihr seht, wurde immer dazu eine Lücke gelassen und dann vorne nochmal groben Ringgrip. Und zum Schluss zeige ich euch die Agora A04. Die haben auch einen versetzten Axialgrip, hier in der oberen Seite und unten einen ganz spannenden Grip. Ich versuche ihn euch hier gut zu zeigen. Wie ihr seht, sind es immer abstehende Rillen und dann noch einmal dünnere Rillen tiefer gelegt. Und vorne nochmal Ringgrip für den Grip an eurem Finger.